Kann ich rauchen? Ja, klar. Danke. ...gelaufen ist. Aber wenn Sarah sagt, dass sie vergewaltigt wurde, dann wurde sie vergewaltigt. Könnten Sie einen der Männer beschreiben, die wir sie hier fielen? Nein, ich war unten. Und da waren so viele Typen, die die Tür versperrt haben, dass ich wirklich nichts sehen konnte. Meine Schicht war zu Ende. Ich bin gegangen, als sie nach oben war. Kennen Sie einen von den Jungs? Nein, das war eine ganze Truppe von Wüstenraudis, verstehen Sie? Die haben geklatscht, gebrüllt. Ich habe wirklich gedacht, sie würde sich nur amüsieren. Oh mein Gott, es ist Sahara Night. Hi. You finally came, you finally, we finally got you here. You finally got me here. You're not an easy girl to get a hold of. I probably got that. Kompakt. Papa, Papa, bitte den hier. Wie sagten Sie heißt der? Ramses. Ist das nicht ein hübscher Name? Nein. Nein. Nein.